Er macht gerne Bier. Das ist sein Stammgetränkter. So kurz gleich, weil jetzt sind wir noch ein bisschen zuhören können. Und so können uns die Musiker mit uns vorstellen. Da vom Anfang an gleich ganz außen links ist der Ivan auf der Trompete. Das war der Profikämpfer jahrelang auf der Bühne. Dann der Nächste ist der Günter Köschi. Garinette, Saxophon. Walter, Rolfi, Fuchs. Charlie, habe ich schon gesagt. Charlie, wenn man was zu tun kann, man will immer so sagen, wenn man nichts zu trinken kann, dann kann er nicht spielen. So, der Nächste war Martin. Ein Applaus für Martin. Das ist auch schon zweitig. Meine kleine Wende, Gell und Hannes. Vielleicht noch ein bisschen dumm schnornig. Weiß ich nicht. Erinnerung. Aber das ist auch günstig. Ich hab' das nicht. In dieser Zettelung. Ich hab' das nicht nur, aber wir müssen auch Jahrhundert gefallen. Das war das nicht. Ich war's nicht. Es war das, wo es nicht so gut geht. Musik 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 Musik